ja was ich euch hier vorstelle das könnt ihr so nicht kaufen das ist das exklusive promotion kit von kniepacks für eine ganz spezielle zange das zeige ich euch jetzt mal und zwar für die twin grip wenn dir dieses video gleich gefällt dann abonniere doch unseren kanal und drücke auf die glocke somit verpasst du zukünftig kein weiteres video ich mach das mal auf jetzt hier vielleicht schon ein bisschen ihr könnt hier greifen und auch vorne greifen das ist die besonderheit von dieser zange dieser kniepacks twin grip den link zu der zange packe ich euch mal in die video beschreibung und drunter und auch oben in die infokarte so im promotion kit haben wir zum einen die zange natürlich die hole ich mal raus steckt hier gut drin und etwas zum veranschaulichen die zange selber ihr habt hier vorne etwas mit ihr greifen könnt und ihr könnt natürlich auch hier mit der seite greifen und ihr könnt die zange von der weite wie die gucken genau könnte hier erweitern so ähnlich wie eine rohrzange wie eine wasserpumpenzange und habt dann die möglichkeit verschieden große schrauben etc zu greifen so was mache ich jetzt damit jetzt stellt euch mal vor ihr habt jetzt hier so eine klassische schraube das war vielleicht nur eine 13 oder so 13 oder so und die ist einfach nicht mehr greifbar die ist rund was macht er da nun ihr könnt jetzt von oben hier greifen und drehen also die packt das oder aber von der seite das können viele die kann von vorne das heißt wenn ihr mal noch nicht dran kommt dann macht das so oder aber ihr habt einfach hier so etwas da kommt ihr nicht mehr dran die sollte daran drehen dann greift er hier vorne rein und ihr dreht hier dann könnt das ganze los drehen dafür ist dieses kit hier was gezeigt werden kann habt ihr auch vielleicht sowas wo ein im bus vorher reinkam da kommt er nicht mehr dran oder eine schraube wo alles abgebrochen ist ich zeig das mal hier da geht halt nicht mehr viel da könnt ihr jetzt wirklich von vorne greifen und drehen und dann zieht er die schraube raus also dreht die schraube raus das ist natürlich eine super schöne zange mit diesem sprich hier vorne habt ihr das ganze und auch hier an der seite da könnte auch noch mal greifen und wie gesagt größten verstellbar könnt also auch größere sachen greifen auch von vorne dann oder halt auch wieder die kleineren wir hoffen unser video hat dir gefallen abonniere doch einfach unseren kanal drücke auf die glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres video mehr